Was ist der Julius für die Bibel? Da wollten nicht nur so viele Kinder lesen. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, für welches Alter das gedacht ist. Der Klop ist für Kinder von 11 bis 14 Jahren gedacht. Als Verlösung bekommt man ein Diplom, wenn man innerhalb von drei Wochen zwei Bücher bekommt, ein normales Diplom. Wenn man ab 5 Bücher schafft, bekommt man ein Stihleser-Diplom. Das Gute bei der Sache ist, dass man mit dem Zeugnis seine Durchschnittung verbessern kann. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann ist das, wo ist das und wie viel kostet das? Also der Jugendstück befindet vom 10.06.2010 bis zum 10.08.2010 statt. Dieser Zeitraum befindet sich in den Sommerferien. Es finden statt an anderen in Cuxhaven, Göttingen, Lingen, Lüneburg, Nordhorn und in Osnabrück. Das war auch schon wieder von dem Vortrag der Zinus am 7.05.2010. Vielen Dank für's Zuschauen.